Ganz anders. Nichts ist anders. Gar nichts hat sich geändert. Überhaupt nicht. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sterben 250.000 Menschen pro Jahr. 250.000 Menschen werden getötet in kriegerischen Handlungen. Und einige Wissenschaftler sagen, es sind sogar 350.000 Menschen. Das sind ungerechnet, gehen wir mal von der kleineren Zahl aus, 700 Menschen pro Tag. Da ist bestimmt eine Busladung und Kinder auch mit dabei, die in die Luft fliegen. Nichts hat sich geändert. Aber ja, doch, sie wollen uns weismachen. Es ist jetzt anders. Es ist anders. Wir müssen jetzt Flagge zeigen. Auf jeden Fall. Weil jetzt, das ist ein Angriffskrieg. Das ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Es ist ein Krieg, wo Menschenrechte verletzt werden. Wo, wie sagt man, Kriegsverbrechen begangen werden. Ich war okay. Als würde es einem 18-jährigen Soldaten, der gestern noch an der Schule stand und die Schulbank gedrückt hatte, als würde es ihm als Kanonenfutter auf einem Angriffskrieg anders ergehen, als in einem Verteidigungskrieg. Als würde die Todesangst eine andere sein. Als würden die Seelen von den Kindern, das Seelenleben in einem völkerrechtswidrigen Krieg anders sein. Als würden die anders leiden, als in einem völkerrechtskonformen Krieg. Als wäre es da ein Unterricht.